Diese Begrüßung ist legendär. Nein, mach jetzt die richtige Begrüßung. Okay. So. Hallihallo und willkommen zu meinem Video. Schön, dass ihr wieder alle eingeschalten habt. Und heute gibt es Blackass Schmink-Tutorial. Und den da verunstalten wir heute. Los geht's. Hast du überhaupt jetzt schon die Aufnahme gestartet? Die läuft schon seit sechs Minuten. Ach, und dann machst du einfach, wo du den isst. Du kannst das Knopf drücken. Ich kann... Ah, Junior, Junior. Ist dieser Typ? Ja, ja. Ey, der Typ haut mich. Ey, was ist das für ein Agro? Du bist... Du oder Dead Snake. Voll Agro. Der Typ. Ah, er ist, er ist, er ist, er ist. Shit. Ja. Ah, fuck. Der Tod. Du bist doch gar nicht tot. Warum lügst du mich an? Ja, aber fast. Das finde ich ganz schön frech von dir, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich hab... Digga, ich muss gleich meinen Shader ihm rausmachen. Mal sehen, ob der Detektiv ein guter Detektiv ist. Oder ob Onkel Hardy wie eine Mämme davon läuft. Wie nennst du Dead Snake Onkel Hardy? Das da, der Typ hier, der Traitor ist Onkel Hardy. Ja, das ist ja Dead Snake. Ja, Onkel Hardy. Ja, wieso nennst du ihn doch Onkel Hardy? Ja, weil er Onkel Hardy ist. Und soll ich Onkel Hardy nicht Onkel Hardy nennen? Das ist doch dumm. Aber Onkel Hardy hat das schon ziemlich scheiße gemacht. Also, so einen schlechten Trader hab ich schon lange nicht mehr gesehen. Interessant. Ich bin Detektiv. Und ich glaub, ich verlasse den Leuchtturm wieder. Oh, Dead Snake ist... Ja, Dead... Schon wieder? Ja, der nutzt T-Passe. Onkel Hardy... Onkel Hardy... Oh, guck mal hier, pennt wieder. Alter, kannst du mal wieder aufstehen? Der ist umgefallen. Einfach so? Oh, Junge, jetzt mach dich sowieso noch... Ja? Oh, nein! Hab ich doch nicht gesagt! Ich dachte, der lässt mich hinrufen, weil das mein Onkel ist, aber mein Onkel hat mich eiskalt hintergangen. Du Pisser! Steht da vor der Schilderwand und beschwert sich, dass er nicht mitgezogen wurde. Anstatt auf dieses Schild zu klicken. Onkel Hardy macht schon wieder nur das Spiel kaputt. Unglaublich! Wie kann man denn nur so inkompetent sein? Das frage ich mich jeden Morgen, wenn ich aufstehe. Komm, Discord! Eins gegen eins ohne Treten! Nehmen wir mit der Teddybär auch... Weird Flexes! Komm! Bisschen flexen, die Stars Ananas. Komm auch! Wird das hier jetzt Massenaufnahmen, oder was? Massenaufnahmen! Boah, cool, ey! Macht ihr hier gerade Werbung für Tests? Leute, der wurde... Moin, ich will mir das... Nein! Ich will mir das Cape von Erdbeere angucken, der wurde fantastischer. Ach, Moment mal, ich bin ja Traitor, fällt mir gerade auf, Lul. Ja. Shit, war ich ein schlechter Detective. Äh, Traitor, ich bin komplett lost! Oder... Oder soll ich dich auf meinem... Auf unserem Discord einladen? Sehr gut, 1.0. Erdbeere im Test, mein Socht, Union Leader, einmal sehr gut, Ausgabe, 10 von 20. Ah ja. Wo war's denn das für eine Map? Lake? Ach, ich bin wahrscheinlich... Ach doch, ich glaub, ich kenn die, aber ich bin am Ende der Map gespawnt. Hier. Ach, nee. Hast du schon meinen Screenshot an? Erdbeere, hast du schon dir meinen Screenshot angeguckt? Welchen Screenshot? Den ich dir geschickt hab. Wo? Auf Discord? Ja. Ach so. Moment, ich gucke. So sieht der eigentlich wirklich aus. Du hast bloß HD-Skins nicht heruntergeladen. Hä, kann man bei Labymod HD-Skins runterladen? Äh, äh, du müsstest Seite, Optionen, Laby-Einstellungen, Zusätze, Neueste und dann HD-Skins. Und dann wirst du auch meinen sehen. HD-Skins, ähm... Laby-Einstellungen... Ah, jetzt seh ich deinen Skin. Hallo, Krussel. Das ist so ein volles Teddybär. Obwohl, Anja, jetzt geht's wieder. Der Teddybär ist ein YouTuber. Nein. Doch. Nein. Ich bin... Doch. TikTok-Influencer. Hahaha. Ein guter Witz. Das war kein Witz. Und jetzt nehmen die Party an, du abgehobener Bär. Ich muss erst mal meine Aufgaben eben machen, sonst bekomme ich Stress mit einem Clam. Okay, dann spiel ich ohne dich. Ich nehm einfach ohne dich auf. Äh, äh, nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Warte, ist doch noch... Vielleicht, wenn's gut kommt, 10 Sekunden. Warte, ich muss... Nein, die Runde startet in 20. Äh, ich schaff's aber noch. Wird du Sekretär beim Clan? Kannst du auch den... Oder hast du auch den Knopf gedrückt? Ich hab den Knopf gedrückt. Da drück ich einmal den Knopf und er sieht das nicht mal. Äh, das gibt ne Anzeige schwere Körperverletzung. Hä. Der hat mich grad dreimal umgebracht. Wieso hast du eigentlich Löcher in der Hose? Hast du kein Geld? Ach, das muss so. Das hat mir ein ehemaliger... Und du hast da was im Auge. Oh, das ist... Du verstehst einfach die Motten. Ich weiß nicht mehr. Das ist Sternschnob... Staub. Nein. Ah, der Sandmann war bei dir und hat... Das ist, ähm, Schlafstand. Ja, die... Siehst du jetzt... Hab ich bei dir auch meine Rüstung aus? Nö. Dann würdest du auch noch sehen, dass er ein schöner... Ein Bärchen noch auf meinem Skin ist auf meinem... Ah, hier sind ja ein paar Leute gestorben. Stimmen wir? Oh, nee, das ist doch nicht... Oh, mein... Oh, Mann, haben wir die Runde viel gemacht. Hahaha. Hahaha. So richtig gut. Kannst du den Knopf da drücken? Kann ich. Äh, ich bin... Mein, mein, wie funktioniert nicht. Das ist mein Dach. Nein, und das ist mein Baum. Lass uns doch Freunde sein. Nein. Onkel Hadi. Runter von meinem Dach. Runter von meinem Dach. Onkel Hadi. Ey, der Schwein ist ja voll agro. Was ist denn das? Das ist ein agro-Schwein. Nein. Oh, der hätte mich fast umgebracht. Ja, dieses Pop... Ich sag nichts. Ich hoffe, Mama backt mir gleich noch einen geilen Kuchen. Die backt nur wegen dir... Oh, scheiße. Die backt nur wegen... Mir. Nein, wegen mir. Wegen mir. 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 Warum sollte man für dich einen Kuchen backen? Also, ich ganz ehrlich, ich weiß nicht. Digger, Junge, guck mal, wie der klein kackt. Ey, wir sind ja beide Traitor. Nee, ich wurde gewöhnt vom Scheiß-Detektiv. Ist ja cool. Nein, ist es nicht. Ja, guck mal, wie der sich jetzt auch cool fühlt. Nur weil er ein... Guck mal, guck mal, wie der einfach team... Ich hab ja richtig Lust drauf. Okay, wo bist du denn jetzt hin? Ich bin bei TTT, aber mein Schilder... Willst du noch was sagen? Willst du noch deine Mutter beim Backen grüßen? Nein. Okay, dann tschüss. Boah, 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 diese Abmoderation, die war richtig cool. So richtig, ober, mega, hammer, krass cool. Okay, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Wir sehen uns montags, mittwochs und frantags immer um 15 Uhr hier auf dem Kanal. Zu einem neuen Video. Haut rein und ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal.